Taleb Tavatar 21. Juni 1992 in Dje Amtszeichen Saka, ist ein israelisch-sudanesischer Fußballspieler. Der linke Verteidiger steht beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag und ist israelischer Nationalspieler. Karriere Vereine Tavatar rückte zur Saison 2019 zur Profimannschaft von Maccabi Haifa auf. Am 8. Dezember 2009 kam er bei der 0-1-Niederlage gegen Giron Bordeaux zu seinem ersten und bislang einzigen Einsatz in der Champions League. In der Spielzeit 2010 11 gewann Tavatar mit Haifa die israelische Meisterschaft, wodurch sich die Mannschaft für die Europa League qualifizierte. Dort wurde er in der Folgesaison in allen sechs Gruppenspielen eingesetzt, die Haifa als Gruppendritter beendete. 2016 gewann er mit dem Verein den israelischen Pokal. Zur Saison 2016-17 wechselte Tavatar zum deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, bei dem er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Am 20. September 2016 debütierte er beim 2-0-Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt 04 in der Bundesliga. Im Mai 2018 gewann Tavatar mit der Eintracht nach einem 3-zu-1-Finalsieg gegen den FC Bayern München den DFB-Pokal. Nationalmannschaft Tavatar spielte für diverse Jugendnationalmannschaften des israelischen Fußballverbandes. Mit der U21-Auswahl nahm er im Juni 2013 an der U21-Europameisterschaft um eigenen Land teil. Dort kam er in zwei Spielen seiner Mannschaft zum Einsatz, die nicht über die Gruppenphase hinauskam. Insgesamt wurde er in der U21-15 Mal eingesetzt und erzielte zwei Tore. Am 26. März 2011 debütierte Tavatar beim 2-zu-1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Lettland in der israelischen A-Nationalmannschaft. Sein erstes Tor erzielte er am 15. November 2018 beim 7-zu-0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Guatemala. Persönliches Tavatars Vater stammt aus dem Sudan. Seine Mutter ist eine arabische Israelin. Tavatar ist Muslim und besitzt beide Staatsbürger. Tavatars Vater stammt aus dem Standort.